So, wie besprochen gibt es jetzt mit diesem Video nach dem 4.1. ein kurzes Update zur Einreise in Thailand. Klar ist, dass das Testen-Go-Verfahren weiter ausgesetzt wird. Mehr dazu und andere Neuigkeiten in diesem Video. Hallo miteinander, wie geht es euch? Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, ich bin der Georg Taitai und ihr seid auf Mai Taitai24. Legen wir gleich los mit den Updates zur Covid-19-Lage in Thailand und zur Einreise in Thailand. Die Covid-19-Fälle sind in Thailand in den letzten Tagen wieder deutlich angestiegen, von wesentlich unter 3.000 Fällen am Tag auf 3.899 heute. In Pattaya sind die Fallzahlen ebenfalls stark gestiegen, weshalb jetzt beispielsweise die Provinz Nakhon-Rajasima eine 14-tägige Quarantäne für Reisende aus Pattaya verhängt hat. Durch aus dem Ausland eingereiste Leute wurden Cluster verursacht, zum Beispiel in Galassin, wo ein mit Covid-19 infiziertes Ehepaar von Belgien zurückkam und dort durch Bar, Pub und Restaurantbesuche einen erheblichen Cluster verursacht hat, der sich dann auch schnell weiter in andere Provinzen wie zum Beispiel Khontgen, Roy-et und Odontani ausgebreitet hat. Des Weiteren breitet sich die Omikron-Variante rasch in Thailand aus, von ca. 200 bestätigten Fällen am 24.12. auf 2.338 Fälle am 5.1., also heute. In insgesamt 55 Provinzen wurden jetzt schon Omikron-Fälle gefunden. Deshalb wird die Aussetzung des Test- und Go-Verfahrens, in dessen Rahmen man ohne Quarantäne in Thailand einreisen konnte, verlängert. Voraussichtlich wird die Aussetzung mindestens bis Ende Januar weitergehen. Der Einreisestopp nach dem 10.01.2022 für alle Leute mit einem genehmigten Thailand-Pass ist wieder im Gespräch. Darüber wird diesen Freitag, also am 7.01. entschieden. Wichtig zu wissen ist, dass man mit dem Thailand-Pass bis zu 72 Stunden nach dem im Thailand-Pass angegebenen Einreisedatum noch einreisen darf. Aber davor geht nicht. Also das Vorverschieben von Flügen, damit man noch spätestens bis zum 10.01. in Thailand einreisen kann, bringt nichts. Da man den Thailand-Pass in diesem Falle neu beantragen müsste, was derzeit nicht möglich ist. Die Puket-Sandbox wird voraussichtlich weitergehen. Aber auch diese ist unter genauer Beobachtung und es ist durchaus möglich, dass diese auch ausgesetzt wird. Weil die Covid-19-Fälle dort, also auf Puket, von 30 Fällen Ende Dezember auf 149 gestern erheblich angestiegen sind. Und bis jetzt insgesamt 144 Omikron-Fälle auf Puket registriert wurden. Falls dieses ebenfalls ausgesetzt würde, könnte man in Thailand nur noch mit mindestens 7 Tage Quarantäne in einem Hotel, einem sogenannten Elder Native State Warranty Hotel, einreisen. Durch die wieder angestiegenen Covid-19-Zahlen wird die für 16.01. offizielle Wiedereröffnung von Bars, Pubs, Discos etc. wohl auch bis mindestens Ende Januar aufgeschoben werden. Übrigens ist die Khao San Road für drei Tage geschlossen, weil sich herausgestellt hat, dass 10 Covid-19 positive Touristen dort waren. Mehrere führende thailändische Experten sagen, dass die Covid-19-Fälle in Thailand durch Omikron erheblich ansteigen werden. Und in Bangkok bereitet man unter anderem Feldkrankenhäuser für hohe Covid-19-Infektionszahlen wieder vor. Deshalb ist wohl damit zu rechnen, dass man über längere Zeit in Thailand nicht mehr ohne Quarantäne über das Test- und Go-Verfahren einreisen darf. Bei der Sitzung der CCSA, CCSA, also der thailändischen Covid-19-Situationsverwaltung, am 7.01. diesen Freitag, werden weitere Details beschlossen. Also mehr Klarheiten wird es an diesem Freitag geben. Danach werde ich nochmal ein Update-Video machen. Falls ihr Fragen habt oder etwas hinzufügen möchtet, schreibt es bitte in die Kommentare. Wenn das Video für euch informativ war, bitte Daumen hoch klicken. Danke. Ich werde bald weitere interessante und informative Videos über Thailand auf meinem Kanal haben. Bitte abonniert meinen Kanal, um diese nicht zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.